Hallihallo, Hallöchen und wunderschönes Willkommen zurück hier bei Far Cry Primal mit mir mit dem Knusperkopf an der, äh, an der Klippe, ja, so, so sieht's aus und nicht anders und wir sind gespannt, wo uns dieser Weg überhaupt hinführt, ich bin mal kurz neugierig, wir sind immer noch hier, ich hätte vielleicht gedacht, dass es hier drüben noch weiter geht oder so, wäre ein bisschen krass, aber, ähm, tja, ich glaubte, wir machen das alles bloß für die Hand, kann das sein? Ne, warte mal, kann ich wieder lösen? Ja, danke, äh, wir nehmen mal kurz, ja, ist egal, ähm, den, dann machen wir mal so, kann man auch so machen, ähm, damit wir nicht immer zwei Pfeile verschwenden, das wäre ein bisschen, ein bisschen Quatsch, dann wechseln wir aber zur Sicherheit einfach nochmal und dann machen wir eh, so. So, einmal hier hinauf, hier, äh, äh, mach keinen Scheiß, so, wir haben hier Licht, von hier unten kommen wir, darüber geht's nie, also, weiter nach oben, ich bin mal gespannt, was uns hier in der Höhle erwartet, äh, ich hab echt keinen blassen Schimmer, weil auch unser Tier nie mit darf, äh, 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 äh,ston, ähm, ähm, äh, ähm, hier ist die Hand. Yeah! Und wir kommen einfach hier wieder runter. Boah, krass. Das ist ja immer eine krasse Höhle. Muss ich mal sagen. Wir kommen hier auch einfach wieder raus jetzt. Und dann... Ui! Und lösen! Bäh! Ob wir Krokodile sind? Ich weiß es nicht. Wer ich sehen? Wer ich merken? Komm, wieder hoch. Geil! Super! Boah, krass. Die Höhle war mal interessant. Die war mal richtig geil. So, gut. Machen wir mal weiter. Wo ist meine Miets? Miets, Miets? Da hinten. Toll. Da bringt es mir auch gerade echt viel. Tiere befreien. Schieße auf den Käfig und befreie bei das Tier. Ja, das kriegt man hin. Wir sind ja eins mit der Natur. Ich geh mal kurz helfen. Miets, die Katze braucht unsere Hilfe. Miets, die Katze braucht unsere Hilfe. Lalalalalala. Und ab durch den Käfig. Wie doof. Voll der Käfig im Weg gewesen. So, hätten wir mal kurz nebenbei noch mitgeklärt. Alles gut. Miets, die Katze geht's auch gut. Wir haben's wieder rausgeschafft. Wir sind... Wir haben Tag und alles läuft. So, wir gehen mal darüber kurz looten, denke ich. Ist denn hier noch jemand? Ist denn hier noch jemand? Nö, macht keinen Sinn. Dann lass das mal. Äh, Miets, die Katze? Mach keine Faxen. Schick die weg. Schick die zu den Gegnern. Alle, dude. Na, geh weiter. Na, komm. Äh, wer macht hier Party? Ich hab keine Ahnung. Ah, so richtig trauen tut er sich nie. Ist auch richtig so. Denn wir haben nämlich eine große Mieze Katze hier. So. Okay. Boah, du Mistvieh. Du hast mich aber gerade erschrocken. Well. Alter, die... Die Hyänen, die rennen immer hier durch die Beine. So, warte mal. Ähm. Da ist noch ein unbekannter Ort. Ich würde dir, wie gesagt, das ist wahrscheinlich ein relativ kleines Areal. Das können wir gleich mal komplett, ähm... Komplett. Komplett machen. Schon wieder ein Wollnashon. Da ist ein Äffchen. Ein kleines Äffchen. Ich hab ein Haus. Ein kunterbuntes Haus. Ein Äffchen und ein Säbelzahn-Dieger. Die schauen gleich zum Fenster raus. Äh, äh. Ja. Wär schön. Wär schön. Naja, Klappe da. So. Wir können ja wieder hoch. Geil. Jetzt machen wir da glatt. Uh. Uh. Abkürzung. Können wir ja mal nutzen. Da können wir auch klein noch höher. Wenn der Ort dort oben ist. Worum? Worum also nicht? Wenn wir einen Greifwagen schon haben, dann macht das ja auch Sinn, ne? Ähm. Warum ist jetzt so mein... Ah, ich hab einen Timer. Ich hab heute das erste Mal vergessen, meinen Timer zu stellen. Nein! Ah gut, wir spielen ja noch nie so lange jetzt. So. Mietekatze ist auch da. Ja, jetzt hab ich nicht drauf geachtet, was jetzt... wie das doof heißt. Schade. Party? Also hier sind irgendwie große Sachen unterwegs, hab ich so das Gefühl. So ein bisschen. Okay. Ähm. Haben wir erkundet. Alles gut. Dann... Was machen wir als nächstes? Dann machen wir das hier. So. Dann gehen wir da weiter nach oben. Ah, Freundchen. Alles gut. Da hoch müssen wir. Da müssen wir erstmal wieder ein kleines Stückchen nach unten. Das Holz holen natürlich. Wie auch sonst. Ich könnte wetten, den ein oder anderen nervt es vielleicht. Aber mich nicht. Oh. Verteidigung. Schütze, die werden ja vor den Angreifern. Okay. Wir müssen uns beeilen. 65. Da... Das ist wahrscheinlich auch gleichzeitig der nicht erkundete Ort. Kann das sein? Ja. Schaut so aus. Äh. Moment. Äh. Wollen wir den nehmen? Der zieht nämlich die Aufmerksamkeit auf sich. Ich glaub, das macht in so einem Fall das Sinn. Macht das denn? Tja. Wir schauen mal. Wo kommen sie? Da kommen sie zuerst. Bogen läuft gut. Hüp. Sag mal. Jetzt geht er mal hier. Da hin. Oh, scheiße. Ich wollte nicht schießen. Nein. Aua. Ach, Kacke. Kacke, Kacke. Wie jetzt? Du Arschloch. Gib mir meine Bestie zurück. Boah, Alter. Das hast du dir jetzt verdient. Alter. Ja, bin schon da, mein Digga. Bin schon da. Alles gut. Komm mal her. So, komm her. Ich muss mich auch heilen. Dann heile ich dich mal kurz. So, hier. Komm mal her. Komm, hier hast du noch was. Happa, happa. Beschütze Venja. Beschütze Venja. Beschütze Venja. La la la. La 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 la. Wo ist er denn? Hup. Ich seh dich, du Pfeife. Du Pfeife. Du Pfeife. Ah, okay. Boah, scheiße. Warte. Auschloch. Boah, du gehst mir auf. Das Sack dort oben. Ja, war down. Okay. Manchmal fühle ich mich echt ein bisschen zu doof. Aber na gut. Was soll da jetzt? Äh, ein bisschen was holztechnisches. Du, der geht's gut, ja? Von da kommen sie. Hallo, lass mich mal. Tu mal. Mal mitten in die Fresse rein. Okay, da kommt noch einer. Das kriegt man auch hin. Boah, jetzt geht down halt. Oh, gut. Okay, das war gar nicht so fies. So krass. Hätte ich mir jetzt... Also, die waren halt die härteren Gegner. Aber ging. Ging, muss ich sagen. Äh, okay. Da können wir uns jetzt hier nochmal ein paar herstellen. So. Hätten wir nie machen sollen. Naja, gut. Ähm, hier haben wir nämlich noch Pfeile. Wir sammeln ja jetzt wieder ein paar Pfeile auf. Äh, ich bin doch doof. Ich bin ja auch doof. Ja, ja, wir haben's geschafft. Alles gut. Nochmal hier hinten liegt noch irgendwas rum. Ich weiß grad noch nicht was. Ah, hier liegt auch schon einer davon rum. Interessant. Warum auch immer hier Leute rumliegen, ich weiß es nicht. So, ich geh nochmal zurück, weil ich würde gerne noch die Leichen looten, die jetzt wahrscheinlich alle weg sind. Nein. Nein. Ach, Mann, oh. Shit. Ich hätte sie gleich looten sollen. Verdammte Axt. Was ist das? Meine Keule? Ne, eine Keule. Was machst du hier? Krabbelst du ein bisschen den Boden rum? Heichmasch. Okay, das war auch gleichzeitig der erkundete Ort. Alle Zubi? Ähm. Wir erkunden den dort mal fix noch. Der ist ja gleich um die Ecke. Machen wir mal wieder hier. Wie jetzt? Was denn nun schon wieder? Ach, scheiße. Jetzt hab ich immer zu viel geschossen. Geschissen, äh, geschossen. So, das sammeln wir noch auf und dann, äh, weiter geht's. Oh, jetzt wird's langsam dunkel. Interessant, aber na gut. La, 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 la. Oh, Dachs. Ich hör'n Dachs. Ich hör'n Dachs. Ich hoffe, der lässt mich in Ruhe. Weil den interessiert das nämlich meist nicht. Gut. Ich hab mir die Pfeile gespart. Dachsfell können wir gebrauchen. Bestimmt. Fleisch, Dachsfell. Jetzt haben wir was los mit euch. Okay. Da ist ein Säbelzahntiger. Da oben geht's lang. Ich verkriech mich mal hier rüber. Äh, Schiefer nehmen wir mit. Ha! Hallo? Okay, darf ich nicht. Gut zu wissen. Wir gehen mal hier hoch. Greifhaken. Da müssen wir gar nicht hin. Fällt mir gerade so oft. Aber na gut, was soll's. Dass ich Licht mache. Ich tue mir die Fackel bestimmt irgendwie an der, an der, weiß ich nicht, irgendwo hinklemmen. Ich hab' keine Ahnung. Zwischen die Beine beim Hochklettern oder so. So. Ich hör'n schon wieder einen Dachs. Dachse. Um genau zu sein. Mehrere. Dachse, Dachse, Doxe. So. Hier haben wir. Hallo, Dame. Ähm. Jäger wurden von Udam angegriffen und müssen sich als Gute sie zu ihrem ziehen und verteidigen sie. Die Venya, die Freie Venya, schließe sie sich im Dorf an. Okay. Die Gruppe Venyas. Okay, wie komm' ich denn jetzt hier hoch? Wie komm' ich denn, wie komm' ich denn da jetzt hoch? Jaja, wie, wie, aber wie komm' ich da jetzt hoch? Hier oben lang? Ist das vielleicht gleich noch ein Nichterkundetrot? Wär ja super. Würde mich sogar... Ach nee, da ist ein Freundchen. Hihi. Ähm. Hä? Ach, da ist gleichzeitig ein Lagerfeuer, ne? Das können wir ja mal nochmal kurz machen. Danach machen wir das andere. Ach, hier ist ein Lagerfeuer. Ähm. Um die... Ich sag' mal so. Um die Eskorte jetzt zu leiten, würde ich allerdings gerne einen Tag haben. Wenn wir jetzt gerade an einem Lagerfeuer sind, bietet sich das gerade mal mächtig an, würde ich sagen. Oder? Ausruhen, machen wir mal bis zur Morgendämmerung. Und kann ich nebenbei kurz einen Schluck Kapu trinken. Aber wir kommen ganz gut durch. Ich weiß nicht, bei wie viel Prozent wir sind. Vielleicht bei der Hälfte. Ne, bei 40 war mit... Ne, wir können mal gucken gleich. Geht gleich los, machen wir gleich mal. Interessiert mich gerade mal selber ein bisschen. Miezekatze. Ist natürlich auch mit da. So, wir haben wieder Rohstoffe im Belohnungslager. Wenn ich wüsste, wo das ist, dann ist... Das wäre super. So, Belohnungslager. Lalalalalala. Tierfett brauchen wir gar nicht so viel. Das brauchen wir viel, das nie. Lalalalalala. Bum, 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 bum. Das nehmen wir mit. Das, das nie. Das auch nie. Fälle. Ähm, ich guck mal kurz. Und zwar beim... Na, komm schon. Ja, wir sind bei... Oh, 33. Das Spiel ist doch größer, wie ich gedacht hätte. Muss ich mal ganz ehrlich zugeben. Ich hätte gedacht, wir sind schon in der Hälfte. Aber nein. Bei 33%. Das heißt, es wird doch ein paar Folgchen gehen. Wir wollen ja 100% schließlich haben. Die letzten Folgen werden natürlich dann ein bisschen looten und suchen und machen und bären und ein paar Höhlen ablofen und sowas schätze ich. Aber... Ähm... Schauen wir mal. Da ist auch Greifhagen-Action. Okay. Coole Sache. Müssen wir wieder ein Stück runter, sehe ich. Und dann darüber müssen wir. Krieg mal hin. Das krieg mal hin. Was ist das? Nix. Okay. Nix sinnvolleres. Nix sinnvolleres, mein Junge. Blutfangsäbelzahn. Krass. Ähm, müssen wir erst bekämpfen, die Special-Tiere. Und dann kann ich sie erst zähmen, wenn sie eigentlich dauernd sind. So, ich bin da. Geht los, Jungs. Hm. Sprich mit ihnen. Sehr gut. Ja, wenn ihr nie wie letztens wieder so dämlich rumlauft, dann können wir das so machen. Dum-di-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-di-dum-di-dum-di-di-dum-di. Wo läufst du denn? Toll, bei Nebel. Voll geil. Wo denn? Was denn? Ich seh keine roten Böpsels. Du machst das schon? Ich seh schon. Wo ist der andere? Nein. Tja, das Looten. Entweder machen wir's gleich schnell, oder... ...wird schwierig. Wo wollt ihr lang, Leute? Das ist ne gute Frage. Ich muss mal ein bisschen nebenbei looten. Da muss ich mich mal ein bisschen beeilen, damit die nicht wieder auf die Fresse kriegen. Aha, hier wollt ihr lang. Okay. Okay, okay, okay. Da oben war grad ein roter Punkt auf der Map. Den hab ich gesehen. Und der rennt natürlich erstmal fett hin. Bäh. Wo wollt ihr denn jetzt hin? Nein. Ähm. Nein. So. Well. Oh fuck. Fuck. Äh. Du Arschlochtier. Okay, wir müssen zurück. Wir müssen zurück. Ganz dringend. Ähm. So. Okay, wollen wir Ashron mal kurz nebenbei gekillt? Alles gut. Oh je, was kommt jetzt? Mitzekatze ist auch da. Machste fein. Wie geht's dir? Oh, scheiße. Hier hast du mal was. Mach mal Hapa. Ähm. Okay, wo? Boah, wer denn? Wo denn? Nein. Hä? Haben sie das doch noch geklärt? Mitzekatze? Wie geht's dir? Na, hier kommt zur Sicherheit. Kriegst du einfach mal einen Hapa. Mitzekatze ist ein treuer Gefährte, muss ich sagen. Mitz, Mitz ist super. So, wartet mal. Ihr seid schon wieder viel zu schnell, ihr Doten. Ich komme nicht zum Looten. Ihr seid doch doof. Mitzekatze kommt zum Looten. Ich komme nicht zum Looten. Das ist toll. Das ist ganz toll. Ganz große Klasse leider. So, wo ist meine Mitz? Die verjagt mal kurz die anderen. Da ist ein Bär. Das soll mich jetzt mal wenig interessieren. Ähm. Das sind bloß Blümchen. Ja, können wir jetzt weitergehen, Leute. Alter, prühe mich doch nicht so an. Boah, jetzt habt ihr euch nie so wegen Blahhyänen, ey, Idioten. Macht lieber was Sinnvolles. Lauft mal einen Schritt weiter. Ja, kommt jetzt. Geht's jetzt mal los? Geht's jetzt weiter? Jungs und Mädels. Gut, es geht weiter. Wie ich sehe. Ja. La 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 la. Braunbärenfell nehme ich glatt mit. So, können wir jetzt weitergehen. Alter. Mann, die bleiben immer auf der Stelle stehen hier. Die gehen den ganzen Tag jagen, aber haben keine... haben Schiss hier mal kurz durch zu plätschern. Hat's einen Typen, ey. Soll ich den mal... Soll ich den mal auf euch loslassen, ihr Pfeifen? Hört ihr schon wieder irgendwelche komischen Geräusche, Idioten? Guck'n, Mann. Lauft mal weiter, sonst plätschere ich hier weiter rum. Mann. Die haben sich aber manchmal auch echt, ey. Ich höre schon wieder hier hin. Soll mir jetzt Pucki sein? La 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 la. Aber was hörst du denn schon wieder? Alter, was ist los? Sag mal was. Hallo, Mietze. Oh. Doof. Mietze, Katze, sag mal was los? Warum brüllst du nie? Gib mir meine Pfeile wieder, verdammt. Rot Hund. Da unten sehe ich schon wieder Leute. Huch. So war nie der Plan. Wo denn? Lala la 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 la. Kann ich mal kurz die Leute durchlooten hier? Weil ich brauch mal wieder ein bisschen Hortwut. Hortwut. Sende ich mich ein bisschen an, 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 an. Stardew Valley? Ich brauch Hortholz. Also Hortwut. Sozusagen. Wo laufen die denn jetzt lang, die Idioten? Ich will meine Pfeile haben. Die laufen wieder irgendwo anders lang. Ach, hier. Mann, das dauert immer so ewig. Ihr wollt dorthin, oder was los? Ihr wollt dorthin. Ich geh... Nein. Wartet zurück. Map. Nein. B wollte ich machen. Und zwar den da. Und dann... Wo ist er? Da hinten irgendwo. So, und dann... Na, na, na. Gehen wir mal gucken. Den Liedegegner kann ich natürlich nicht angreifen. Äh, toll. Ah, da ist er noch. Hallo? Bam. Tschüss. Tschauka. Oh, ich glaub, ich hab meinen Bären getroffen. Jawoll. Äh... Kommt der jetzt? Oder habt ihr irgendwie nochmal... Müsst ihr nochmal Pipi? Müsst ihr nochmal aufs Klo? Oder... Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ihr hinwollt. Ihr müsst mal mit mir reden. Komm mal her. Hier hast du was zu happer. Haben wir's jetzt hier. Gehen wir jetzt hier durch und dann sind wir da? Oder was los? Ja, ihr freut euch. Freut euch nicht zu... Freut euch nicht zu doll. Ja, freu dich mal. Ich durchsuche den in der Weile mal. Ja, ist okay. Danke. Ähm... Plus vier. Nice. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Ja, erfolgreich. Ja, erfolgreich. Abgeschlossen. Und... Was macht denn hier schon wieder so ein Krach? Ich drück mal kurz F5 zum Schnellspeichern. Fünf... Vier, wenn ja, wurden hinzugefügt. Total geil. So, wir machen wieder hier. So. Und dann, ähm... Tja. Yay! Yay! Juhu! Yippie! Juhu! Ja! Da ich ein bisschen zu spät gestoppt hab, glaube ich, dass unsere Zeit reif ist. Gibt's hier nix irgendwie zum Hochklettern? Ach doch, danke. So. Ähm... Also... Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, meine lieben Leute. Ähm... Die freuen sich ja auch alle mächtig. Und ich freu mich natürlich nicht, äh... Die Folge beenden zu müssen. Aber mir bleibt da nix anderes übrig. Natürlich freuen die sich auf... Die freuen sich jetzt schon auf die nächste Folge, weil die wissen, die wird einfach der... Die Bombe. Die wird einfach total geil. Am Ende laufen wir dann einfach nur durch die Botanik und machen einfach nix. Aber das kann auch passieren. Ähm... Ja, keine Ahnung. Wir werden sehen, äh... Was uns nächste Folge so erwartet. Auf jeden Fall, äh... Danke ich euch viel, viel, vielmals fürs Zuschauen. Und, äh... Dass ihr mit dabei seid. Hier in der Steinzeit. Und wir sehen uns zunächst in Folge. Macht's gut. Bis dahin. Und, äh... Tschüss. 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 und die Welt von der Welt. Sie werden uns nicht mehr aufgeholt. Sie werden uns nicht mehr aufgeholt. Sie werden uns nicht mehr aufgeholt. Oh, das ist ein Wettbewerb. Das war's für uns, dass wir uns nicht verletzten. Untertitelung des ZDF, 2020